Du bist ja auch so nervös wie ich. Ja, ich bin nervöser wie du. Hör aufzittern, da nützt nützt. Ja, mal ein bisschen, die nützt schon. Nein! Das ist schon die schlimmste Halbstumpe, wenn du da hinten sitzt. Du weisst, der Saal ist voll und du kannst nicht auf die Bühne. Das ist das Schlimmste. Aber das Schönste ist, dass die Leute zu uns kommen und wir nicht mehr zu ihnen. Definitiv schön. Also, so hat er eure Fans gemeint. Du musst auch zuerst mal suchen. Ja, ja. Also der Lohn, der vergutete ist auch. Und der vergutete Tunny. Hi Widerland! So wie Widerland. Auf deinem Campingplatz hat es ja nur Ausländer in dem Ausland. Ja. Siehst du das? Nein. Schwaben hat es hier. Deutsche. Engländer, Holländer und v.a. Zürcher. Habt ihr schon gesehen? Gehen Sie zu Zürich? Geht's eh? Weichfusionierungsstadium und so. Schön ist es wieder, was? Ich merke es, da stehst du mir gerade vor der Sonne. Machen Sie auch Urlaub hier? Nein, ich bin am Schütten. Ich mache ... A Mada My Amore Me A Mada My Amore Me Peeling Peeeling Peeeling Neer Peeeling Das finde ich den Kratzen am Rücken. Ich habe mir komische Gefühle, du heiliger Wangen, Mann! Hei, hei. Peeling. Jawohl, viel besser. Nothing more than peeling. Auf Englisch kannst du auch noch. Ja, ja, da kann ich auch. Schwarz so mit der Sau. Weisst du, gestern hast du mich fast noch vertrampet in der Nacht. Was hast du denn gehabt? Ich bin über dich ausgeschalpert. Ja, ja, ja. Das ist noch schnell möglich. Ich war nicht Hürdenläufer. Du kannst ja nicht einmal lesen, du. Dafür gut raten. Dann raten wir mal miteinander. Unbeliebteste Mitteleuropäen. Unbeliebteste, wie viele Buchstaben? Sechs. Schwab. Nein, Seb, nur drei. Schwab. Nein, sechs. Schwab. Stimmt, Owen, stimmt. Aber stimmt nicht einmal. Neue Buchstaben. Neue Buchstaben? Jawohl. Das sind ja drei mehr. Jawohl. Sol Schwab. Ja genau. Wie hat es Ihnen gefallen? Great, super. Was hat Ihnen besonders gefallen? Sie müssen improvisieren. Ja, das war gut. Ja, das war dir immer frei. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es für junge so toll ist. Spontanität gefällt mir immer. So eine Stand-up-Comedie ist genial. Wenn etwas in die Hose geht. Was hat Ihnen besonders gefallen? Nein. Alles. Sehr cool. Sehr cool. Muss ich wirklich sagen. Ich habe schon viele so Shows gesehen. Aber mir hat es wirklich mega gut gefallen. Ausserdem ein paar Witze mit den Zürchern. Aber sonst. Sie sind ja die Meister im Improvisieren. Wenn mal kurz etwas nicht gut ist, dann ist es nachher sogar noch besser. Also ich bin super zufrieden. Es hat total Spass gemacht mit denen zu arbeiten. Es ist einfach immer wahnsinnig lustig. Ich habe heute schon mal meine Schicksböcke gesehen, Mann. Vom Lachen. Oh, er hat einen Muskel gehabt. Er hat einen Applaus gemacht. Ich bin total zufrieden. Die Leute sind happy. Und ich hoffe, es können wir möglichst viel schauen und haben Freude daran. Berhauf. bestimmteige